An einem Gymnasium in der nordfranzösischen Stadt Arras ist eine Lehrkraft erstochen worden. Zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt. Augenzeugen zufolge soll der mit einem Messer bewaffnete Täter Allah Akbar gerufen haben. Bei ihm handelt es sich um einen 18-jährigen Russen mit tschetschenischen Wurzeln. Er wurde von der Polizei getötet.